Ich glaube, dass Hax in einer Zeit, die so gesättigt ist, wie unsere, eine wirkliche Entdeckung ist. Und das Tolle ist, sie können wir alle noch machen. Also es ist eine unausgeschürfte Goldmine. Ja, wenn man das vergleicht mit Gras oder Walser oder den anderen Stümpern, die der Devise folgen, Words don't come easy, dann muss man irgendwann bei Hax landen. Ach, es ist ganz einfach, als hätte ich mit Shakespeare gelebt. Ein Jahrhundertdichter wird wiederentdeckt. Peter Hax. Als er vor fünf Jahren in seinem Haus bei Berlin stirbt, ist er fast vergessen. Dabei war er einst der Goethe der DDR. Seine Stücke gehörten in den 60er und 70er Jahren zu den meistgespielten auf allen deutschen Bühnen. Sein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe war ein Welterfolg. Es ist die Wahrheit, Stein. Ich habe Goethe abgewiesen. Und Hax schafft es, dass tatsächlich etwas völlig Abgelegtes, wie die deutsche Klassik, plötzlich hier in diesen Raum tritt und da ist und lebt. Und man plötzlich ihre Widersprüche, ihre Größe, muss man sagen, vielleicht sogar ihre Unüberbietbarkeit spürt. Peter Hax. Zu groß für jede Schublade. Er gilt als Aristokrat, denn die Kommunist. Für den Westen ist er ein Dissident, in der DDR ein Salonstalinist. André Müller, ein halbes Jahrhundert mit Hax befreundet, hat jetzt das Tagebuch seiner Gespräche mit dem Dichter veröffentlicht. Ein Projekt, das er seit der ersten Begegnung mit Hax verfolgte. Hax hatte die Fähigkeit, Sachverhalte auf eine Formel zu bringen, die ich bei keinem anderen beobachtet hatte. Also fing ich einfach an, mir Notizen zu machen darüber, weil ich wollte das nicht vergessen und wollte das nicht verlieren. Als Müller Hax trifft, 1955, ist er gerade und anders als viele von München in die DDR übergesiedelt. Für das DDR-Fernsehen ein willkommener Propagandaanlass und zugleich das erste und letzte Mal, dass der medienscheue Hax vor eine Kamera tritt. Also die Frage, warum ich aus Westdeutschland in die Deutsche Demokratische Republik gezogen bin, die ist für mich so furchtbar schwer zu beantworten, weil so viele Gebiete des Lebens, es gibt so viele Gründe dafür, gibt es es. Ich gestehe, ich wundere mich immer sehr über Leute, die nicht aus Westdeutschland in die Demokratische Republik sind. Berthold Brecht hatte Hax davon abgeraten, in die DDR zu wechseln. Hax kommt trotzdem, arbeitet zusammen mit seiner Frau Anna Wiede am BE, bleibt aber dem Rummel um Brecht selbstbewusst fern. Brecht liebte es, auf den Proben zu arbeiten. Hax wiederum hasste Proben, ging also nicht hin, als er am Anfang doch mit Brecht zusammenarbeitete. Und man sprach schlecht über ihn. Ich sagte ihm, sag mal, warum reden die an dem BE, was haben denn die gegen dich? Auch sagt, ganz einfach, ich nehme nicht am Gottesdienst teil. Peter Hax und Heiner Müller werden das Traumpaar der frühen DDR-Dramatik. Als Heiner Müller mit seinem Stück Die Umsiedlerin in die Kritik gerät und aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wird, gibt es nur eine einzige Stimme, die sich für ihn einsetzt. Er war immer mit dem Heiner Müller zu dieser Zeit befreundet und er suchte diese Freundschaft immer. Es war am Anfang ganz selbstverständlich, dass man sich gegenseitig verteidigte. Das war die übliche Feigheit, die dort herrschte bei den anderen. Er war ja der Einzige, der nicht dafür den Ausschuss stimmte. Wenig später gerät Hax selbst in Schwierigkeiten mit seinem Stück Die Sorgen und die Macht, dessen Titel zum geflügelten Wort wurde, Die Sorgen um die Macht. Ulbricht kritisierte daraufhin öffentlich einige Schriftsteller und meinte Hax. Nun versuchen aber einige Schriftsteller und Künstler, ihren eigenen Irrweg als Richtung des Kunstschaffens in der DDR festzulegen. Das ist zwar etwas viel Überheblichkeit, aber es war leider so. Hax bleibt unbeeindruckend, hält weiterhin große Stücke auf die DDR, doch schreibt keine Gegenwartsdramatik mehr. Er entwickelt sein Projekt einer sozialistischen Klassik und feiert damit beispiellose Erfolge. Sag uns du nur, was zu tun ist, sag uns du nur, was zu tun ist, bau uns kunstreicher den Aufzug, bau uns kunstreicher den Aufzug. Berühmt geworden ist er mit der Friedeninszenierung, in der das Publikum eine Stunde lang klatschte und es 17 eiserne Vorhänge gab. Das hat es in der Bühnengeschichte nie gegeben, einen solchen wahnsinnigen Erfolg. Solange Ulbricht regiert, ist für Hax die Welt nicht schön, aber in Ordnung. Als Honecker 1971 Ulbricht stürzt und ihn mit einem Foto im Pyjama auf Seite 1 des Neuen Deutschlands demütigt, ist für Hax der Sozialismus in der DDR beerdigt. Ulbricht leider ist tot, dichtet er. Und Schluss mit der Staatskunst in Deutschland. Verse, die in der DDR nicht veröffentlicht werden dürfen. Dann die entscheidende Zäsur in Hax Bühnenlaufbahn. Mit einem Schlag verschwinden seine Stücke von westdeutschen Bühnen. Der Grund? Hax Name fehlt nicht nur auf der Liste derer, die gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestieren. Er erklärt sogar öffentlich, Biermann sei ein überschätzter Kleinkünstler und habe nichts anderes verdient. Daraufhin wurde in der Bundesrepublik Hax abgesetzt. Er war vorher der meistgespielte lebende Dramatiker. Das war ab diesem Moment schlagartig vorbei. Es hieß plötzlich, das Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe sei überhaupt kein gutes Theaterstück. Das schrieben dieselben Leute, die es vorher unglaublich gefeiert hatten. Zur Strafe dafür erhält Hax den Nationalpreis der DDR erster Klasse von dem von ihm verachteten Honecker. Er zieht sich zurück und immunisiert sich immer mehr gegen die real existierende Realität des DDR-Sozialismus, indem er zeitlos schöne Dramen schreibt. Am Ende werden es 50 Stücke sein. Die Wende in der DDR bestätigt ihm düstere Erwartungen und verführt Hax zu bösen Sortisen und Verschwörungstheorien. Er preist die Mauer als Erdenwunder schönstes und empfiehlt eine Guillotine für Bürgerrechtler auf dem Leninplatz. Man muss sehen, dass solche Extremaussagen nach 1989 natürlich aus der Rolle eines völlig machtlosen Menschen, eines Verlierers der Geschichte formuliert werden. Wenn wir jetzt die natürlich eins zu eins nehmen, wie das in den 70er, 80er Jahren war, dann muss man natürlich sagen, es ist verrückt. Es ist auch was Verrücktes in Hax. Es ist etwas Absurdes in Hax. Ich plädiere dafür, von Hax sich das zu nehmen, was groß und bedeutend ist und womit wir was anfangen können. Fünf Jahre nach seinem Tod ist es vor allem die mit Goethe und Heine auf eine Stufe gestellte Lyrik, die wiederentdeckt wird. Das Spardosen-Terzett hat eine CD mit Liebesliedern von ihm vertont. Es ist schon allein aus sprachlichen Gründen wunderbar, Hax zu lesen und von ihm zu lernen. Und wenn man das dann anderen Leuten noch ein bisschen weitergibt, nicht aus pädagogischen Gründen, sondern wirklich aus reinem Altruismus, teilen wir diese Freude, dann ist das ein Motiv. Die Hax-Renaissance, sie hat begonnen. Die Hax-Renaissance, sie hat begonnen.